Mein Name ist Ansgar Beckermann. Ich bin pensionierter Professor für Philosophie, habe vom Schluss bis 2010 an der Universität Bielefeld unterrichtet, im Wesentlichen im Bereich der Philosophie des Geistes, der Erkenntnistheorie, freier Wille und auch Religionsphilosophie. In der Philosophie ist eigentlich alles umstritten und auch, was Philosophie eigentlich ist. Bekannt ist die etwas schlichte Übersetzung, Philosophie sei Liebe zur Weisheit. Das scheint mir aber nicht besonders erhellend zu sein. Inwiefern unterscheidet sich Liebe zur Weisheit von Wissenschaft? Das ist alles etwas unklar. Es scheint mir deshalb ganz vernünftig, einfach mal auf die sprachliche Tatsache hinzuweisen, dass das Wort Philosophie bis ziemlich genau 1800 einfach nur Wissenschaft bedeutet. Und wie ja eigentlich allgemein bekannt ist, differenzieren sich dann aus der Philosophie heraus viele Einzelwissenschaften. Es beginnt mit der Physik und der Chemie, mit der Astronomie, der Kosmologie und vielen anderen Wissenschaften, die immer mehr sozusagen auch in Konkurrenz zur Philosophie treten. Früher ein Teil der Philosophie waren. Physik oder viele Naturwissenschaften waren einfach Philosophia naturalis. Es sind Fragen übrig geblieben, die von Einzelwissenschaften nicht behandelt wurden, für die sie vielleicht keine Methoden fanden, wie sie sie behandeln sollten. Und diese Fragen sind in meinen Augen das, was man heute zu Recht als Philosophie bezeichnen sollte. Zum Beispiel geht es in der Erkenntnistheorie darum, was Wissen ist. In der Erkenntnistheorie geht es auch darum, ob wir die Welt so erkennen können, wie sie ist oder ob wir sie immer nur von einer bestimmten Perspektive aussehen können. In der Religionsphilosophie geht es zunächst mal um die große Frage natürlich, ob es überhaupt Gott oder andere übernatürliche Wesen gibt. In der Philosophie des Geistes geht es unter anderem um die Frage, ob es eine um Körper unabhängige Seele gibt, die dann möglicherweise den biologischen Tod des Körpers auch überleben kann. Bei der Willensfreiheitsproblematik geht es um die Frage, gibt es so etwas wie freien Willen? Verfügen wir Menschen darüber oder sind wir völlig determiniert und haben nie einen Einfluss auf unser Handeln? Das sind alles Fragen der theoretischen Philosophie, die ich jetzt aufgezählt habe. Daneben gibt es natürlich noch den ganzen Bereich der praktischen Philosophie, wo es nicht darum geht, was es gibt und wie die Dinge sind, sondern wie sie sein sollten. Also insbesondere, was wir tun sollten. Das ist natürlich die erste Frage überhaupt. Gibt es so etwas wie, ich nenne das mal normative Tatsachen? Also ist es objektiv so, dass man Menschen nicht ohne Grund quälen darf oder erfinden wir die sozialen Normen eigentlich im Laufe der Entstehung menschlicher Gemeinschaften? Es gibt die Frage, was ist eine gerechte Gesellschaft? Wir kennen alle die zehn Gebote, unter anderem vielleicht auch das Gebot, das von Kant so überhört worden ist, du sollst nicht lügen. Gilt das tatsächlich immer? Gibt es Ausnahmen? Wenn ja, wie kann man diese Ausnahmen begründen? Es gibt andere, aber zum Teil auch sehr praktisch virulente Fragen, wie zum Beispiel haben menschliche Embryonen vom ersten Tag an, den Status von Mitgliedern der Gesellschaft, denen volle Menschenrechte zustehen, wie ist es am Ende des Lebens, wie ist es zum Beispiel mit der Organtransplantation, ist ein Hirntoter wirklich tot und dergleichen mehr. Alles das sind philosophische Fragen, von denen ich nicht sehen kann, dass man sie mit empirisch-wissenschaftlichen Methoden beantworten könnte. Das Selbstverständnis der analytischen Philosophie hat in den 100 Jahren, in denen es sie gibt, sich vollständig verwandelt. Zu Beginn war die analytische Philosophie explizit, ich bin fast gesagt, geneigt zu sagen, antiphilosophisch, aber ihr Gegner war die Metaphysik. Es gibt einen sehr bekannten Aufsatz von Rudolf Karnab, Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Da wird das Thema schon ganz klar angesprochen. Erstens, was man erreichen will, nämlich die Metaphysik zu kritisieren, sie im Grunde überflüssig, obsolet zu machen und zweitens wird auch gesagt, wie, nämlich durch logische Analyse der Sprache. Im Grunde haben wir selbst beim späten Wittgenstein ein ganz ähnliches Programm, weil Wittgenstein der Meinung war, dass die meisten philosophischen Probleme Scheinprobleme sind, die durch ein Missverständnis des Funktionierens der normalen Sprache entstehen. Wir müssen diese Missverständnisse aufklären, dann sehen wir, dass die Probleme Scheinprobleme sind und wir uns gar nicht mit ihnen auseinandersetzen müssen. Das ist im Laufe der Zeit eigentlich völlig verloren gegangen. Ich habe auch eher den Eindruck, dass es ein schleichender Prozess war, dass insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg die klassischen Probleme der Philosophie Menschen, die alle wieder aufgetaucht sind. Metaphysik ist etwas ganz Normales. Es gibt inzwischen Kompendien, es gibt natürlich Vorlesungen, es gibt jede Menge Bücher zu allen möglichen Aspekten der Metaphysik und es gibt auch metaphysische Probleme, die man ohne weiteres vielleicht gar nicht so bezeichnen würde, wie das Leib-Seele-Problem oder eben die Frage, ob es einen Gott gibt, die ebenfalls heute wieder diskutiert werden. Alles, was sich sagen lässt, lässt sich klar sagen. Das scheint mir ein ganz zentraler Satz der analytischen Philosophie zu sein. Und der zweite Aspekt, der für mich charakteristisch ist für die analytische Philosophie, ist ihr argumentativer Charakter. In der Philosophie geht es, wie in den Wissenschaften, auch um Behauptungen, zum Beispiel es gibt Gott oder es gibt sie nicht. Aber diese Behauptungen sind nur dann oder können nur dann sinnvoll vertreten werden, wenn man gute Argumente für sie ins Feld führen kann, wenn man gute Gründe findet. Für mich selbst ist es ein heute vielleicht gar nicht mehr so bekannter Autor, während man des Studiums hat der aber noch eine große Rolle gespielt, wie Karl Gustav Hempel, ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie man sich ganz klar ausdrückt und wie man immer nur argumentativ gestützte Thesen vertritt. So sollte man philosophieren. Es hat sich eine Tendenz, ich will das einmal so formulieren, herausgebildet, jedes Argument so weit auf die Spitze zu treiben, jedes Argument so bis in die letzten Details zu analysieren, dass man den Eindruck, dass man erstens den Eindruck verliert, wie das große Ganze eigentlich, oder wie das, was da gerade behauptet wird, analysiert wird, mit dem großen Ganze zusammenhängt. Und es wird so weit analysiert, dass es irgendwie langweilig wird. Ich kann gut verstehen, dass viele Leute, die sich mit dieser Art von Detailarbeit beschäftigen, der Philosophie den Rücken kehren und sagen, das will ich jetzt nicht machen. Ich wollte eigentlich in größeren Linien erklären, wie es zum Beispiel mit dem Leibsele-Problem steht. Es ist mir klar, dass man diese Einstellung auch wieder kritisieren kann, die ich gerade geschildert habe, weil man ja zu Recht sagen kann, wir können doch das das Gewicht eines Arguments nicht wirklich einschätzen, wenn wir es nicht bis ins letzte Detail analysiert haben. Das gestehe ich zu, trotzdem bleibt mein Eindruck, es wird irgendwie langweilig und unattraktiv. Irgendwann kippt es sozusagen und man verliert das Interesse. Das ist übrigens etwas, was ich am Anfang, als ich anfing, Philosophie zu studieren, nicht gedacht hatte, dass auch die Philosophie Moden unterworfen ist und zwar in einem sehr, sehr viel größeren Ausmaße, als ich mir das je vorstellen konnte. Es gibt vielleicht, Gott sei Dank, vielleicht leider auch in der Philosophie Argumentationsstränge, die sich irgendwann überleben, die einfach vergessen werden oder die nicht mehr behandelt werden, weil die Leute, die sich damit befasst haben, ihrer überdrüssig sind. Vielleicht ist das eine gute Sache, vielleicht kommt nur durch diesen Wandel Originalität und immer wieder neue Gedanken in die Philosophie, aber es ist auf den ersten Blick sehr verblüffend. Ja, es haben viele Philosophen ja selber schon beklagt, dass in der Philosophie offenbar keinen Fortschritt zu geben scheint. Zumindest nicht in dem Sinne, dass sich bei bestimmten Fragen Antworten herauskristallisieren, auf die sich alle Leute einigen können. Nee, in der Philosophie ist die Situation grundsätzlich so, dass zu jedem Punkt, den man machen kann, zu jeder Frage, die man stellen kann, unterschiedliche und miteinander unvereinbare Antworten gegeben werden. Also ganz anders als zum Beispiel in den Naturwissenschaften, wo sich das heliozentrische Weltbild gegen das Geozentrische zu Beginn der Neuzeitpflicht durchgesetzt hat und heute zweifelt es keiner mehr an. So ist das in der Philosophie nicht. Warum nicht? Ich habe eigentlich nur eine Antwort, die mir selber einigermaßen plausibel erscheint. In der Philosophie kann man die Fragen, die man sich stellt, nicht mithilfe von Experimenten entscheiden. So wie Popper sich die Wissenschaft vorgestellt hat und weitgehend entspricht das ja auch dem wirklichen Vorgehen der Wissenschaftler, funktioniert das Ganze so. Man stellt Hypothesen aus. Aus den Hypothesen leitet man Prognosen über zukünftige Erfahrungen ab, was man beobachten wird in bestimmten Konstellationen. Und dann treten diese Beobachtungen entweder ein oder nicht. Wenn nicht, ist die Hypothese falsifiziert. Ansonsten kann man mit der Hypothese weitermachen. In der Philosophie kann man in aller Regel Fragen nicht durch Experimente entscheiden, sondern nur durch Argumente. Argumente haben nun immer dieselbe Struktur. Man geht von bestimmten Annahmen, Prämissen aus und schließt auf diesen Annahmen, auf bestimmte Schlussfolgerungen, Konklusionen. Argumente lassen sich aber immer, und dagegen kann man gar nichts machen, das ist einfach so bei Argumenten, auf zweierlei Weisen lesen. Man kann ein Argument so lesen, dass man sagt, die Prämissen sind plausibel, also ist die auch die Schlussfolgerung plausibel. Man kann es aber auch so lesen, dass man sagt, die Schlussfolgerung ist doch völlig absurd, das ist doch ganz kontraintuitiv, was da geschlussfordert ist, also muss an den Prämissen was falsch sein. Also, alle Annahmen, von denen man ausgeht, können ihrerseits in Zweifel gezogen werden. Und je nachdem, ob man die Prämissen oder die Konklusion für plausibel erhält, kommt man dann einfach zu unterschiedlichen Bewertungen. Wenn ich mich nicht völlig täusche, habe ich mal gehört, dass Fichte gesagt haben soll, was für eine Philosophie man vertritt, zeigt, was für ein Mensch man ist. Und inzwischen halte ich das für völlig richtig. Es kommt darauf an, welche Grundhaltung man gegenüber der Welt hat, welche Prämissen man für wahrscheinlich und welche Konklusion man für unwahrscheinlich hält. Das hat einen großen Vorteil, dass nämlich niemand uns die Verantwortung ablehnen kann. Das ist nicht so in der Philosophie, dass wir zu Experten gehen können, die uns dann sagen, lieber Experte, wie ist denn das jetzt? Haben Embryonen schon vom ersten Tag der Einlistung an die Menschenrechte, die vollen Menschenrechte, oder ist das nicht so? Der Philosoph kann das nicht beantworten. Beantwortung liegt bei dem, der die Frage stellt. Und ich finde, das ist auch gut so. Vielen Dank.